Ich heiße euch herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr dabei seid. Es geht weiter mit der eBay-Reihe. Letztes Mal haben wir uns beschäftigt damit, wie wir uns gewerblich bei eBay registrieren. Wenn du dieses Video noch nicht gesehen hast, dann schau es dir hier oben an. Ich blende es ein. Heute geht es darum, wie wir Rechtstexte bei den Einstellungen einstellen. Und es geht da um Impressum, es geht um das Widerrufsrecht, um die AGBs und so weiter. Wo bekommen wir diese Texte her bzw. wie stellen wir das Ganze ein? Das schauen wir uns heute an. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann bleib dran. Es geht direkt weiter. So, nun geht es weiter mit der eBay-Serie. Und zwar gucken wir uns, wie schon gesagt, die Rechtstexte an, wie wir diese einstellen und wo wir diese überhaupt herbekommen. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast und die ganze eBay-Serie mitbekommen möchtest und wirklich erfolgreich lernen möchtest zu verkaufen bei eBay und anderen Marktplätzen, dann abonniere diesen Kanal, drücke auf das Glockensymbol, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, dann legen wir mal direkt los. Ich befinde mich hier bei eBay auf der Startseite. Und wir schauen uns mal erstmal direkt an, was genau wir heute einstellen möchten. Wir gehen mal auf dieses Angebot hier im Notebook und schauen uns mal ganz unten an. Die Rechtstexte, rechtliche Informationen des Verkäufers. Genau das müssen wir einstellen. Das ist das A und O, um wirklich gewerblich verkaufen zu dürfen. Solltet ihr keine Rechtstexte eingepflegt haben und stellt Artikel ein, seid ihr direkt abmahnfähig. Und das sind viele Unternehmen, die da wirklich sehr professionell rangehen und die Leute suchen, die das vermeiden. Es ist ja zum Teil ja schon, wenn man einen Satz oder ein Wort schon nicht richtig stehen hat und das irgendwie nicht eindeutig der Rechtslage zuspricht, ist man schon abmahngefährdet. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, also das A und O, um wirklich verkaufen zu können. Und hier seht ihr einmal, wie sowas aussehen kann. Also wir haben hier das Impressum von dem Händler. Wir haben hier vollständige Informationen wie eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Die sind wichtig. Des Weiteren haben wir hier die EU-Kommission, die stellt eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtungen bereit. Das ist auch wichtig. Und was sehr wichtig ist, natürlich sowas hier. Darauf achten wir auch. Also ich muss ehrlich sagen, ich selbst habe da auch schon mal eine Abmahnung kassiert. Deswegen achte ich da schon sehr drauf, dass das wirklich perfekt ist und wirklich keiner uns ans Bein pissen kann, auf gut Deutsch gesagt. Und hier ist es wichtig, dass es ein Hyperlink ist. Da sind kleine HTML-Kenntnisse vielleicht notwendig. Das zeige ich euch. Kann ich euch schon vorab sagen. Ich werde das unten in der Beschreibung posten, wie genau das kopiert werden soll, sodass es auch genauso aussieht. Und wichtig ist natürlich dieses HTTPS. In meinem Fall war es so, dass es nur HTTP stand. Und nur wegen diesem HTTPS, diesen Buchstaben S, habe ich 380 Euro Abmahnung bezahlt. Ärgerlich, aber was soll es mein Verschulden? Ich hätte es aktualisieren müssen, denn früher war es noch nicht notwendig. Heute schon. Ja, und dann geht es weiter. Handelsregisternummer braucht ihr nicht, wenn ihr jetzt keinen Handelsregister-Eintrag habt. Umsatzsteuer-ID muss auch nicht jeder haben zwingend, aber in dem Fall ist es so. Und die Mehrwertsteuer wird bei meinen Rechnungen separat ausgewiesen. Falls ihr ein Kleinunternehmen habt, müsst ihr diesen Text auch nicht stehen haben. Das zeige ich euch, wo ihr das Ganze festlegt. Zu der Kleinunternehmerregelung hat sich dieses Jahr was getan. Denn ab 2020 ist es so, dass ihr nicht mehr 17.500 Euro Umsatz haben dürft, um in der Kleinunternehmerregelung zu sein. Sondern bis 22.000 wurde das jetzt erhöht. Und wirklich rückwirkend in 2019 rein. Das heißt, wenn ihr 2019 Ende oder Mitte 2019 das Ganze angefangen habt, dann ist es auch rückwirkend so, dass ihr diesen Umsatz erbringen könnt, um in der Kleinunternehmerregelung zu sein. So. Des Weiteren werden wir uns anschauen, dass wir allgemeine Geschäftsbedingungen uns hier einpflegen. Und wie wir diese festlegen können. Und wie ihr seht, hier ein Riesentext. Das ist individuell auf euer Unternehmen angepasst und sehr wichtig. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, die Widerrufsbelehrung. Die habt ihr hier auch vollständig, die ihr anzeigen könnt. Und das Ganze ist, wie gesagt, alles wichtig. Des Weiteren haben wir hier die Frist des Widerrufs, den ihr euren Kunden bietet. Also es bietet sich an. Gesetzlich sind es 14 Tage. Es bietet sich aber bei Ebay an, dass ihr das Ganze auf einen Monat hochstuft, weil so könnt ihr auch das hier bekommen. Hat der Verkäufer jetzt hier nicht. Auf jeden Fall, Ebay Plus ist sowas wie Amazon Prime, wenn ihr einen Monat das Ganze bietet. Und ja, Verkäufer zahlt den Rückversand. Muss nicht sein. Ich habe überall, dass der Käufer den Rückversand bezahlt, weil viele, wie ihr wisst, viele Käufer sind so, dass die das Ganze einfach mal bestellen und dann zurückschicken wollen. Das übersteigt manchmal die Kosten. So, das Ganze haben wir uns jetzt hier so angeschaut und jetzt gucken wir uns an, wie legen wir das Ganze fest. So, wie können wir das Ganze nun in den Einstellungen festlegen? Dazu geht ihr einfach mal hier oben und da seht ihr, wenn ihr eingeloggt seid, euer Kontoname. Da gehen wir direkt zu den Kontoeinstellungen und dann öffnet sich uns dieses Fenster hier und hier habt ihr gewisse Einstellungsmöglichkeiten bzw. eine Übersicht aller Einstellungen und Optionen von Ebay. Und dann gehen wir hier zu den Einstellungen, Kontoeinstellungen. So, und dann kommt ihr hier auf dieses Fenster hier und ja, hier gibt es diverse Einstellungen, die ihr festlegen könnt. Heute besprechen wir, wie gesagt, nur die rechtlichen Informationen, die wir einstellen und dazu scrollt ihr ein bisschen runter und habt das hier, Einstellungen für gewerbliche Verkäufer. Und darunter steht dann rechtliche Informationen des Verkäufers in den Angebotenanzeigen. Dann klickt ihr hier rechts daneben bearbeiten und schon öffnet sich hier eure Übersicht. Ich habe jetzt hier in dem Fall, natürlich müsst ihr euren richtigen Namen eingeben. Ich habe Max Mustermann gewählt, eine ausgedachte Adresse, eine Telefonnummer verlegt ihr hier fest und einen Fax. Wer es heute noch nutzt, kann es tun. Dann müsst ihr hier eine E-Mail-Adresse festlegen. Diese ist die, die ich euch auch gezeigt habe im Impressum, wo Kunden euch kontaktieren können oder auch andere Unternehmen. So, zusätzliche gesetzliche erforderliche Angaben. Da ist genau der Punkt mit dieser EU-Kommission, die ihr hier mit dem Hyperlink einsetzen könnt. Dazu guckt ihr einfach mal unten in der Beschreibung, das habe ich euch verlinkt. Das könnt ihr genauso eins zu eins kopieren und hier einfügen und dann wird es auch bei euch als Hyperlink angezeigt. Des Weiteren haben wir hier die Handelsregisternummer, die wir auch da gesehen haben. Wenn ihr eine habt, fügt ihr hier die ein und da ist genau der Punkt mit der Mehrwertsteuer auf der Rechnung anzeigen. Wenn ihr eine kleine Unternehmerregelung habt, dann braucht ihr das nicht. Ansonsten hier einen Haken setzen. So, und dann haben wir schon hier die Widerrufsbelehrung, die ihr hier, wie gesagt, festlegen könnt und hier einfügen könnt. Und dann die allgemeinen Geschäftsbedingungen. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist natürlich auch die Datenschutzerklärung mit inbegriffen. Und wo bekommen wir jetzt diese Texte her? Also es gibt Seiten, wo ihr das Ganze kostenlos bekommt. Ich bin aber nicht der Freund davon, denn kostenlos ist meistens meiner Meinung nach nicht immer korrekt und wird auch nicht immer eindeutig aktualisiert. Hier empfehle ich euch Händlerbund. Ich habe einen Link unten verlinkt und über diesen Link gelangt ihr dann hier auf diese Seite, wo ihr euch dann ein Paket aussuchen könnt. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass ihr hier schon ab 8,90 Euro monatlich euch hier wirklich Rechtstexte besorgen könnt und diese wirklich hundertprozentig abmahnsicher sind. Und in dem Falle haftet dafür auch das Unternehmen, wie ihr hier seht. Ihr habt, wir gucken uns das Ganze mal ins Detail an, jeden, der so gesagt einen eBay-Account hat jetzt und keinen Shop oder so, dann reicht das vollkommen aus. Hier die Basic-Version, ihr bekommt sogar einen Monat gratis. Wir schauen uns mal an, was genau da inbegriffen ist. Also ihr habt für drei Internetpräsenzen, könnt ihr hier Rechtstexte bekommen. Diese legt ihr dann fest und kopiert sie dann einfach da rein in diese Flächen. So, und wie ihr sehen könnt, ist da mit der Basic-Version seid ihr schon sehr gut aufgestellt. Wer da ein bisschen mehr haben möchte, der kann das Ganze hier hochstufen, auch Premium, Unlimited und so weiter. Ich empfehle da einfach nur die Basic-Version. Ich selbst habe die Unlimited-Version. Bei der Unlimited-Version habt ihr die Möglichkeit, mit einem Anwalt persönlich zu sprechen, wo ihr Fragen klären könnt, was mit eurem Unternehmen zu tun hat. Und was telefonisch ganz einfach geht und zu jeder Zeit. Und das kostet euch nichts zusätzlich, nur dieser monatliche Beitrag. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr die Rechtstexte herbekommen. Das Ganze habe ich euch unten verlinkt und schaut es euch an. Solltet ihr euch jetzt für eine kostenlose Variante entscheiden, dann ist es eure Sache. Ich, wie gesagt, habe das mit dem Händlerbund gemacht. Da gibt es sehr viele Dinge, die ihr dazu auch nutzen könnt. Ja, dann würde ich sagen, dann speichert ihr das Ganze ab, wenn ihr das hinzugefügt habt. Und dann ist das Ganze auch getan. Dann ist der erste Schritt hier soweit getan. Und dann seid ihr schon auf jeden Fall mit dem Impressum und Rechtstexten gut versorgt, sodass ihr keine Abmahnung befürchten müsst. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir die Zahlungsoptionen einstellen und Versandoptionen einstellen. Ja, da, wenn ihr das sehen möchtet, guckt beim nächsten Mal rein. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um das Video direkt zu empfangen. Solltet ihr noch Fragen haben zu diesem Video oder irgendwas Unklar ist, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte so schnell wie möglich. War dir das Video hilfreich und du konntest damit was anfangen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wünsche alles Gute und viel Erfolg beim Verkaufen.